Hans Bellmer, 24. Februar 1975 in Paris, war ein deutscher Fotograf, Bildhauer, Maler und Autor. Leben und Werk als Kind lernte Bellmer seinen tyrannischen Vater, der auch seine liebevolle Mutter vollkommen beherrschte, fürchten und hassen. Er und sein jüngerer Bruder Fritz fanden Schutz vor dieser bedrückenden Familienatmosphäre in einem geheimen Garten, der mit Spielwaren und Andenken verziert worden war. Bellmer arbeitete nach dem Abitur auf Drängen des Vaters in einem Stahlwerk und im Kohlebergbau. 1923 wurde er an die Technische Hochschule zu Berlin geschickt, interessierte sich aber vielmehr für Politik, die Arbeiten von Karl Marx und Diskussionen mit den Künstlern der Dada-Bewegung. Bellmer lernte John Hartfield, George Groß und Rudolf Schlichter kennen. Auf Anraten von George Groß brach er im Mai 1924 das Ingenieurstudium ab und begann eine Typografenlehre beim Malik Verlag. Er gestaltete Buchumschläge und schuf Buchillustrationen, etwa für Münuna S. das Eisenbahnunglück oder der Antifreund. Bellmer besuchte von 1925 bis 1926 Paris, wo er in Kontakt zu den Dadaisten und Surrealisten kam. In Berlin-Karlshorst eröffnete er ein Atelier für Werbezeichnungen, das er 1933 aus politischen Gründen aufgab. 1928 heiratete er Margarete Schnell. Ab den 1930er Jahren bis zu seinem Tod befasste sich Bellmer fast ausschließlich mit erotischen Darstellungen der weiblichen Anatomie. Ob in Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien oder seinen grafischen Arbeiten, im Mittelpunkt stand immer das erotisierende Bild eines oft geschundenen weiblichen Körpers. Aufgrund der repetitiven Natur des Themas wurden ihm zahlreiche neurotische Störungen nachgesagt, von Fetischismus, Voyeurismus, über Sadomasochismus bis hin zu Pädophilie, während andere wiederum seine Arbeiten schlicht als Surrealismus und anarchistisch-erotische Inszenierungen, bewerten und schätzen. 1933 konstruierte Bellmer aus Teilen von Schaufensterpuppen, mit Holz-, Metall- und Gipsfetischartige Puppen, als ganzer Körper- oder Körperfragment, von denen er in verschiedenen Positionen Fotografien herstellte. 1934 erschien auf Bellmers Kosten die Puppe, mit einem Essay Bellmers und zehn eingeklebten Fotografien. Bellmer schickte die Aufnahmen Paul Elat und André Breton in Paris und 18 wurden im Dezember 1934 in der Zeitschrift Minotaure unter dem Titel Puppé. Variations zur Le Montage d'une Mineure Articillée veröffentlicht. 1935 besuchte Bellmer Paris und wurde von André Breton Empfang empfangen. Im nächsten Jahr erschien La Puppe. Weitere Aufnahmen einer zweiten Puppe erschienen ebenfalls in Minotaure und in einem Heft der Caillé d'Ar, das dem surrealistischen Objekt gewidmet war. Fotos von Bellmers Puppen wurden im Museum of Modern Art in New York in seiner Surrealismus-Ausstellung gezeigt. Nach dem Tod seiner Frau emigrierte Bellmer 1938 nach Paris, wo er weiter an seinem Puppenthema arbeitete. 1939 wurde er im Lager Lemilles interniert, wo er auf Max Ernst traf. Sie schufen dort das gemeinsame Werk Schöpfungen, die Geschöpfe der Einbildungskraft. Nach dem Krieg konnte das Buch Les Jeux de la Puppe realisiert werden, mit 15 Aufnahmen Bellmers und 14 sie, illustrierenden, kurzen Gedichten Paul Elats. 1953 begegnete er der Schriftstellerin Unika Zürn, mit der er bis zu ihrem Lebensende zusammenarbeitete. Sie zogen in das Pariser Hotel Lesperens, wo sie keine Freunde und wenig Kontakte hatten, kaum ausgingen, und sich immer mehr von der Außenwelt abschotteten. 1954 erschien in Frankreich die Geschichte der O mit einer Lithographie Bellmers auf der Titelseite. 1958 erhielt Bellmer den Preis der William & Noma Copley Foundation. 1959 und 1964 wurde Bellmer zur Documenta II und Documenta III in Kassel eingeladen. 1970 stürzte sich Zürn, die Anfang der 60er Jahre an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt war, aus der gemeinsamen Wohnung in Paris in den Tod. Bellmer starb 1975 vereinsamt in Paris. Unika Zürns und Hans Bellmers Grabstelle liegt auf dem Cimetière du Père Lachaise. Als wichtiger Vertreter des fantastischen Realismus hatte er tiefgreifenden Einfluss auf Künstler wie Paul Wunderlich und Horst Janssen. Ausgleich von Künstler. Vielen Dank.